In diesem Video sprechen wir über fünf typische Eigenschaften von autistischen Menschen, welche die nicht-autistischen Menschen, die sogenannten NTs, extrem nerven und stören können. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und euch für das Thema Autismus interessiert und vielleicht sogar selber eine Diagnose auf eine Störung aus dem Autismus-Spektrum-Störung habt, werdet ihr euch jetzt eventuell fragen, halt, Moment mal, es gibt so viel Aufklärung, es gibt so viel Bedarf, wie autistische Menschen von der Normgesellschaft durch die nicht-autistischen Menschen ausgeschlossen werden. Es gibt so viele wichtige Beiträge zum Thema Inklusion. Und es gibt so viele Beiträge und auch ich selber habe ganz, ganz viel Leid erfahren, wie eben diese nicht-autistischen Menschen, autistischen Menschen Unrecht tun. Mobbing, Belästigung durch Lärm, Exklusion vom Arbeitsmarkt etc. pp. Und da kommt auch tatsächlich so ein Typ und macht jetzt ein Video, wie die autistischen Menschen, die nicht-Autisten nerven würden, was fällt dem eigentlich ein? Ja, okay, dazu muss ich sagen. Zum einen, ich selber habe die Diagnose auf das Asperger-Syndrom im Laufe meines Lebens fünfmal erhalten. Das heißt, ich selber bin Autist. Zum anderen, da müssen wir ganz, ganz ehrlich sein, es gibt schon sehr viele Videos, gerade auch in der autistischen Community selbst, zu der ich als Autist ja irgendwie mehr oder weniger auch gehöre, die ja eben die Probleme ansprechen, die autistische Menschen mit nicht-autistischen Menschen haben. Drittens, es ist nun mal einmal leider so, dass wir nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten haben, die anderen zu verändern. Wir haben viel größere Möglichkeiten, uns selber zu verändern und ja auch als Autisten, die sehr viel Leid durch ihr Umfeld erfahren haben, übrigens auch ich, ja auch wir sollten uns, das ist meine Überzeugung, laufend selber reflektieren. Und wenn wir bei uns selber Verhaltensweisen finden, die wiederum andere Leute stören, wenn es, ja, es ist unsere moralische Pflicht, darf man das so sagen, auch an uns selber diesbezüglich zu arbeiten. Ja, und viertens, schlicht und ergreifend der Hauptgrund für dieses Video aus meiner autistischen Community hier auf YouTube wurde ein solches Video, wo ich einmal verschiedene Punkte aufzählen soll, wie nicht-autistische Menschen in T's sich von Autisten genervt fühlen, ja, angefordert. Ich wurde darum gebeten, so ein Video mal zu machen. Naja, und natürlich, da ich immer, wenn es mir irgendwie möglich ist, auch auf meine Community eingehe, werde ich ein solches Video liefern. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist der Background zu diesem Video, in welchem ihr jetzt fünf Punkte erhalten werdet, wie sich nicht-autistische Menschen von Autisten gestört und genervt fühlen und, naja, was man als Autist eventuell dagegen machen kann. Punkt Nummer eins. Das Monologisieren und die wechselnde, ja, sozial-emotionale Gegenseitigkeit von autistischen Menschen. Es ist kein Geheimnis, und das werden die meisten auch meiner selbst von Autismus betroffenen Zuschauer, wenn ich das hier so formulieren darf, wissen. Autisten haben in aller Regel ein Problem mit dem Monologisieren. Man sagt, Autisten reden entweder immer zu wenig, vielleicht reden sie sogar gar nicht, sind immer sehr, sehr stumm, oder sie reden zu viel. Sie sind, ja, sprichwörtliche Labertaschen, zu denen übrigens ich gehöre. Ja, und dann können Autisten eben in diesen Modus des Monologisierens verfallen, in denen sie sehr ausschweifend über ein Thema reden, das sie selber interessiert. Meistens ist das eines dieser sogenannten Spezialinteressen. Zum Beispiel Autos, Züge, Verkehr allgemein, Computer. Es kann aber natürlich auch Politik sein, oder es kann natürlich auch das Thema Autismus sein. Ja, nicht wenige Autisten haben das Thema Autismus als ihr eigenes Spezialinteresse, gerade wenn sie die Diagnose frisch gestellt bekommen haben und dann ganz, ganz neugierig sind, da mehr zu erfahren. Und ja, Autisten können in dieses Monologisieren verfallen und damit auch ihr Umfeld nerven, sagen wir es so, wie es ist. Das heißt, sie reden vielleicht eine halbe Stunde am Stück über ihr Spezialthema. Es ist ihnen dabei auch völlig egal, wenn das Umfeld sich für diesen Monolog gar nicht interessiert. Und wenn sie es überhaupt mitbekommen und das Umfeld ihnen signalisiert, ich habe gar kein Interesse, es reicht jetzt mal. Ich möchte jetzt auch mal etwas sagen von meinen Themen. Hey, jetzt bin ich mal dran mit Reden. Ich habe zum Beispiel gestern auf der Arbeit das und das mit den Kollegen erlebt. Ich möchte jetzt auch sprechen. Dann, wie gesagt, bemerken Autisten das häufig nicht. Oder sie fahren da einfach drüber hinweg. Weil, und das sehen wir ja auch bei diesem Kriterium der sozio-emotionalen Gegenseitigkeit, das finden wir zum Beispiel als eines der Muss-Kriterien in DSM 5, ja, dass Autisten da überhaupt kein Interesse für aufbringen können. Und, ja, in ganz egoistischer Manier möchte ich schon fast sagen, okay, das ist mir jetzt egal, was der andere erzählen will. Och, das, was er auf der Arbeit erlebt hat, das ist ja nicht relevant. Aber mein eigenes Thema, das ist ganz interessant und ganz relevant. Da möchte ich jetzt drüber sprechen. Das liegt natürlich auch so ein bisschen im Wesen des Spezialinteresses an sich begründet. Das heißt, Autisten haben in der Regel ein, zwei, maximal drei Themen. Ähm, das sie natürlich auch in der Wichtigkeit überschätzen. Das geht ja schon damit einher, dass Autisten sich den ganzen Tag nur mit diesem einen oder diesen zwei Themen beschäftigen, nicht mit anderen Dingen beschäftigen und somit natürlich auch die Bedeutung anderer Themen geringschätzen. Jemand, der das Spezialinteresse Autismus hat, wird glauben, Autismus ist das wichtigste Thema von allen. Und die gesamte Gesellschaft muss mehr über das Thema Autismus aufgeklicken. Das ist natürlich übrigens richtig. Aber natürlich gibt es auch genauso viele Themen, über die die Gesellschaft aufgeklärt werden müsste. Politik, Frauenrechte, Männerrechte, Ungleichheit im Job, schlechte Arbeitsbedingungen, die Energiepolitik von Deutschland, etc. pp., Religion, Philosophie. Ja, es gibt unglaublich viele Themen. Nur, wie gesagt, das ist etwas, das dann die Autisten nicht in den Fokus nehmen werden, beziehungsweise sie werden über ihr eigenes Spezialinteresse monologisieren und es vielleicht sogar mehr oder weniger mit Absicht ignorieren. Schwierigkeiten haben, sich selber da auszubremsen, wenn sie sogar merken, andere interessieren sich dafür nicht. Das nervt nicht Autisten, weil sie sich zum einen natürlich dann eine Menge, ich sage es mal jetzt mehr ein bisschen im Lustigen, eine Menge Quark von denen Autisten anhören müssen, dass sie nicht interessiert, wo sie vielleicht sogar signalisieren, ich habe jetzt gar keine Lust mehr auf das Thema und dem Autisten ist es egal. Und zum anderen führt das eben auch zu dieser mangelnden gegenseitigen emotionalen Bindung, dem Aufbauen von Kontakt, weil ja jeder gerne etwas von sich und seinen Gedanken teilen möchte und die Nicht-Autisten dann eventuell gar keine Gelegenheit dazu haben oder eingeräumt bekommen vom Autisten. Und ein letzter Satz dazu. Eine der wichtigsten Regeln und eine der ersten Regeln, die glaube ich alle Autisten nach ihrer Diagnosestellung lernen, so war es zumindest bei mir und bei vielen, vielen anderen Autisten ist, sei dir deines eigenen Monologisierens bewusst und bitte stopp das. In der Selbsthilfegruppe für autistische Erwachsene, die ich jetzt seit ja bald 15 Jahren daran teilnehme und leite, ist eine Regel, die ich am Anfang immer sage, bitte liebe Leute, achtet darauf, nicht ins Monologisieren zu verfallen und ich habe sogar extra Rede- und Moderationskarten, dass also Autisten aus meiner Gruppe diese Karte als Signalkarte anderen Rednern hochhalten können, falls der eventuell ins Monologisieren verfällt, damit der ein Signal bekommt. Ja, und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich denke, zu diesem Thema habe ich jetzt ganz, ganz viel gesagt. Ich habe jetzt ganz, ganz viel auch mitbekommen, mit dem ihr erst mal arbeiten könnt. Achtet einfach darauf, nicht zu krass zu Monologisieren, denn davor fühlen sich nicht-autistische Menschen, sind wir mal ehrlich, zu Recht häufig genervt. Eine zweite Sache, die euch eventuell überraschen wird, bei denen nicht-autistische Menschen extrem von autistischen Menschen genervt werden und sogar, und da spreche ich gleich einen interessanten Sonderfall an, aus meinem eigenen Leben, autistische Menschen sich von autistischen Menschen genervt fühlen. Und zwar extrem laut sein, krach machen, rabatz machen, Unruhe stiften. Ja, das wird viele von euch überraschen, denn das Stereotyp, das zur klassischen Aufklärung zum Thema Autismus, in den sozialen Medien, Instagram, TikTok, YouTube, immer wieder verbreitet wird, und das natürlich auch nicht falsch ist, aber es ist natürlich ein Stereotyp, es ist nur eine Seite der sprichwörtlichen Medaille, ist, dass Autisten ein hohes Bedürfnis nach Ruhe haben und in diesem Bedürfnis nach Ruhe von nicht-autistischen Menschen in aller Regel genervt werden. Autistische Menschen können häufig sehr stark genervt sein von den kleinsten Geräuschen, von ständig laufendem Radio auf der Arbeit, klicken mit dem Kugelschreiber des Kollegen, lauter oder auch manchmal nicht so lauter Musik des Nachbarn, etc. pp. Weitere Sachen, Staubsaugergeräusche, Laubbläser am Sonntagmorgen, Autohupen, Straßenverkehr, etc. pp. Hey, Leute, ihr wisst genau, was ich meine. Was viele aber nicht wissen und was in der Debatte häufig nicht besprochen wird, dass auch gerade autistische Menschen selber extrem viel Lärm machen können. Das fängt beim Kugelschreiberklicken an. Stereotypes, repetitives Verhalten, Stimmingverhalten, ja, das gibt es so bei nicht-autistischen Menschen, aber natürlich auch bei Autisten. Mit dem Beinwippen, immer mit dem Kugelschreiberklicken, die Kappe eines Kugelschreibers an- und abstecken. Das ist ja schon mal ein Verhalten, wo wir uns vorstellen können, hey, auch nicht-autistische Menschen können von diesem Stereotypen, repetitiven Verhalten von autistischen Menschen ja auch irgendwo genervt werden. Das kann sich aber steigern, wenn wir insbesondere, und es ist ganz wichtig, auch da einmal drüber zu sprechen, uns die sogenannten niedrig funktionalen Autisten anschauen, die nach dem alten Modell des ICD-10 beziehungsweise DSM-4 typischerweise in aller Regel die Diagnose frühkindlichen Autismus, also nicht Asperger-Syndrom erhalten haben, die zusätzlich eine bestehende Intelligenzminderung haben. Der klassische, schwere Fall von Autismus, sagen wir es einmal so. Diese autistischen Menschen können insbesondere in entsprechenden Einrichtungen, Betreuungseinrichtungen, Förder- und Wohngruppen, ja, Verhalten an den Tag legen, eben dieses Stereotype-Repetitive-Verhalten. Kugelschreiber klicken in extremen Maße. Das heißt zum Beispiel Trinkbecher nehmen und durch die Gegend werfen. Trinkbecher wieder aufheben und durch die Gegend werfen. Das Umschmeißen, das laute Umkrachen von Stühlen. Den Stuhl wieder aufheben und wieder den Stuhl umwerfen. Den großen Tisch im Gemeinschaftsraum nehmen und immer wieder an den anderen Tisch heranschlagen. Fst, bam, fst, bam, ja. So etwas. Oder auch lautes Schreien, Lautieren. Das sind Verhaltensweisen, die von Autisten natürlich insbesondere mit Intelligenzminderung ganz, ganz typischerweise, das muss man hier sagen, an den Tag gelegt werden. werden. Weshalb auch viele Fachkräfte, zum Beispiel aus der Heilerziehungspflege, das weiß ich und da sind wir jetzt auch bei dem Sonderfall, der mich selber betrifft, weil ich ja selber gerade angehende Fachkraft in der Heilerziehungspflege bin und neben meiner Selbstständigkeit hier unter anderem hier auf YouTube und in der, ja, in der, ja, ich sag's mal, Beratung, Coaching für andere hochfunktional Autisten auch in Einrichtungen neben dieser Selbstständigkeit arbeite wiederum mit anderen Autisten und ich natürlich als Asperger-Autist ja selber auch diese Geräuschempfindlichkeit habe, ja, Pflegepersonal, das ist mitunter sehr belastend. Wenn man mehrere Autisten in einer Gruppe hat, die allesamt dieses massive, laute Verhalten an den Tag legen, Stühle umstößen, Becher schmeißen, Tische knallen, etc. rumschreien, ja, lautieren, wie man etwas politischer, korrekter sagen würde, ähm, gemeint ist damit rumschreien, ja, und übrigens auch die anderen Autisten fühlen sich wiederum durch den Lärm, also auch die anderen sogenannten niedrigfunktionalen Autisten fühlen sich wiederum durch den Lärm der anderen Autisten gestört. Der eigene Lärm, den man verursacht, den, von dem fühlt man sich nicht gestört, das ist eventuell sogar Selbststimulation, der Lärm der anderen, der ist ja aber ungewollt, okay, und natürlich auch andere Menschen mit Einschränkungen, das heißt Behinderungen, ja, ähm, Down-Syndrom, Schrägstrich Trisomie, 21, Sauerstoffmangel, ähm, bei oder, äh, bei der Geburt, ähm, Spastiken, etc., pp, ja, auch die anderen Leute in diesen Gruppen fühlen sich dann da sehr belastet und, wie gesagt, vor allen Dingen auch das Fachpersonal. Man stelle sich das vor, man arbeitet jeden Tag aufs Neue in einer Gruppe, die unglaublich laut ist, wo man autistische Menschen hat, die Stühle schmeißen, mit Tischen knallen, etc., pp, das ist einfach belastend. Und es ist ganz, ganz wichtig, ja, dass das nicht als negative Wertung gemeint ist. Es ist so, wie es ist. Es ist, sagen wir einfach, rational gesehen ungünstig, weil es ja eben auch zu einer Belastung der anderen Menschen, also das heißt, der anderen Bewohner, Gruppen, Teilnehmer, etc., führt. Man darf natürlich jetzt nicht verfallen, als die Fachkraft, als der Pfleger, der Heilerziehungspfleger, der Altenpfleger, der Sonderpädagoge, whatever, jetzt zu diesen Autisten zu gehen und sauer auf die zu werden, zu schimpfen. Jetzt hör aber mal auf, ja, das, was soll denn das, du willst doch nur provozieren, du machst doch nur Ärger, ich halte das nicht mehr aus, du störst ja alle, ma, ma, ma. Das ist eine Sache, die immer wieder passiert. Auch darüber möchte ich nicht werten, weil natürlich auch die Fachkräfte, die sich engagieren für die Autisten und die anderen Menschen mit Einschränkung, ja, denen es auch nicht ums Geldverdienen geht, sondern die ihren Beruf von Herzen gerne machen, natürlich kommen die irgendwann ans Limit und natürlich ist auch deren Nervenkostüm irgendwann maximal, ja, dünn, ausgereizt, abgeknabbert, um hier mal sprichwörtliche, ja, bildliche Sprache zu verwenden, ja. Nur ist es natürlich ganz wichtig, dass gerade die Fachkräfte und das unterscheidet sie in einem extremen Maße von den Kunden, Klienten, Bewohnern, Gruppenteilnehmern, von den Autisten, die berufliche Verpflichtung haben, sich ständig und ihr eigenes Verhalten, ihre eigenen Einstellungen laufend zu reflektieren. und es wäre ja eben unprofessionell, auch wenn es halt einfach passiert, das ist menschlich, Leute, auszurasten, zu schimpfen, die Fachkraft hat die Berufung, hat auch die Pflicht beruflich, ja, dafür bekommt er auch irgendwo sein Geld, sich da zu reflektieren und ja, zu versuchen, das nicht zu tun. Die Menschen mit Einschränkungen, die Autisten, sind natürlich geboten, sich selber zu reflektieren, wenn sie es können, wenn man sehr schwer von Autismus betroffen ist, eine schwerste Intelligenzminderung hat, ja, dann können wir natürlich uns nicht in diesem Maße selbst reflektieren. Aber es ist natürlich geboten, gegenseitige Rücksichtnahme, jeder tut das, was er kann, jeder sollte versuchen, ein angenehmer Zeitgenosse zu sein, auch wenn die anderen das häufig nicht tun, ja, und dafür mache ich ja auch dieses Video, um euch als meine mit Sicherheit hochfunktionalen Mitautisten, ja, da einfach ich hoffe doch based und ohne Vorwurfston, aber trotzdem klipp und klar Real Talk hier zu sagen, so ist es und da könnten, sollten wir uns reflektieren, ja. Was sollte die Fachkraft tun, anstatt zu schimpfen? Naja, weil er ja Fachkraft ist, findet er natürlich im Rahmen seiner, ja, seiner Qualifikation Möglichkeiten eben dieses, die große Lautstärke, dieses Stimming-Verhalten von Autisten und natürlich auch anderen Menschen mit Einschränkungen vorzubeugen, konstruktivere, allgemeinverträglichere Alternativen anzubieten, nicht mit Schimpfen, nicht mit Moralisieren zu arbeiten, sondern eben eine Möglichkeit zu finden, dass die autistische Person sich stimulieren kann, ohne gleichzeitig sehr, sehr laut zu sein, dass man, ja, den Autisten beschäftigen kann, dass er sich vielleicht auch so wohl fühlt, dass er gar nicht anfängt, laut zu werden. Häufig wird gesagt, ja, der Autist, der sucht nur Aufmerksamkeit. Ja, was heißt nur? Warum sucht er das? Warum bekommt er die nicht? Warum hat er es in Häkchen nötig, keine moralische Wertung, sich Aufmerksamkeit auf diese Art und Weise zu verschaffen? Da muss es ja irgendein Versäumnis auf Seiten des professionellen Personals geben, dass der Autist das tun muss. Etc. pp. Meine Message ist klar, Fakt ist, ja, die massive Lautstärke vieler Autisten, insbesondere der Autisten, die schwerer betroffen sind mit Intelligenzminderung, das kann nicht Autisten massiv belasten. Ein dritter Punkt, den ich in diesem Video nennen möchte, und da gehen wir gleich schnörkellos, wie man so schön sagt, weiter, sind eben diese Stereotypen, Verhaltensweisen und Routinen. Starre Verhaltensmuster. Gerade hochfunktionale Autisten haben häufig starre Tagesroutinen, haben bestimmte Prinzipien und Lebensmaxime, nach denen sie leben wollen, nachdem sie das Bedürfnis haben, danach zu leben und sie lassen sich nicht davon abbringen. Auch hier wieder muss man ein bisschen unterscheiden zwischen den Autisten, die tiefer im Spektrum sind mit massiver Intelligenzminderung, die sind in ihren, ja, wie soll ich das sagen, in ihrem Verhalten, ja, wie soll ich das sagen, einfacher. Das heißt, hier zeigt es sich halt eher in bestimmten Bewegungen, die ausgeführt werden. Immer wieder ein Auto hin und her schieben, Türklinken drücken, Stühle umwerfen. Ja, Menschen mit Autismus, die eine hohe Intelligenz haben, die sich auch komplexe Routinen überhaupt aufbauen konnten, um ihren Alltag zu leben und zu bewältigen, ja, die haben eben eher so ausgeklügelte Systeme, in den Tag zu leben, den Tag zu vollbringen, Jahr für Jahr in einer nicht für Autisten konzipierten Welt zu überleben. Ja, und da wirken sie auf Nicht-Autisten häufig sehr starrsinnig und Nicht-Autisten verstehen häufig nicht, warum Autisten an ihren extremen Routinen festhalten so massiv. Nicht-Autisten fragen sich, hey, warum kannst du denn nicht mal dies oder das? Warum musst du denn jeden Tag genau jenes? Warum kannst du nicht mal einen anderen Weg gehen? Warum kannst du denn nicht mal etwas anderes essen? Ich möchte nicht jeden Tag, ja, keine Ahnung, Reis mit Geschnetzeltem essen. Können wir bitte mal etwas anderes essen? Nicht-autistische Menschen fühlen sich auch extrem gestört, wenn die Routinen von Autisten, hochfunktionalen Autisten, nicht eingehalten werden können und diese dann eventuell einen Meltdown bekommen, wütend werden, schreien, eventuell auch mangels besserer Strategien damit umzugehen, den Nicht-Autisten Vorwürfe machen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Es gibt mehrere Gründe, warum autistische Menschen so, ich möchte so schon fast sagen, zwanghaft an ihren Routinen festhalten im Leben. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, dass eine der Unterschiede zwischen rein autistischen Gehirn und einem Gehirn eines Menschen mit reinem ADHS zum Beispiel der wäre, dass autistische Menschen stärker als neurotypische Menschen ein entsprechendes neurologisches Aufleuchten, Feedback zeigen bei gewohnten Reizen, während ADHS-Betroffene ein häufiges, ein stärkeres neuronales Aufleuchten, Feedback neurologische Aktivität, sagen wir es mal so, als nicht-ADHSler, als neurotypische Menschen zeigen bei neuen Reizen. Übrigens eine Feststellung aus der Forschung, die gegen die These spricht, dass Autismus und ADHS im Grunde das gleiche wären, aber das ist jetzt ein anderes Thema, das zu weit führt. Ja, das wäre zum Beispiel so eine Erklärung, autistische Gehirne reagieren einfach stärker auf gleichbleibende Reize. Deswegen haben sie auch weniger das Bedürfnis, ihre Tagesroutinen zu ändern, haben vielleicht sogar ein direktes Bedürfnis, gleichbleibende Routinen zu haben. Eine weitere Theorie, und da können sich viele hochfunktional Autisten mit identifizieren und auch hier wieder die Handhabe, darüber zu reflektieren, etwas für sich selber mitzunehmen. Viele autistische Menschen klammern sich aus Angst an Routinen. Autistische Menschen sind häufig allein, haben nur wenig Kontakt zu ihrer Familie, haben wenige Freunde, vielleicht keinen Partner, können sich somit weniger Sicherheit aus dem sozialen Verband nehmen. Was wäre zum Beispiel, wenn ein Autist arbeitslos wird, in eine finanzielle Notlage gerät, wenn ein Autist vielleicht von Bürgergeld oder Grundsicherung abhängig ist und er dann aufgrund, weil er von solchen Fällen schon gehört hat, Angst davor hat, dass ihm irgendwann mal diese Sozialhilfe, die Grundsicherung, das Bürgergeld durch eine Behördenwillkür einfach gestrichen wird und er seine Miete nicht mehr bezahlen kann. Und der Autist sich dann denkt, dann würde ich auf der Straße landen. Ich habe ja auch niemanden, ich habe keine Freunde, die mehr Geld leihen würden. Und aufgrund meines selbe drohend. Ich selbst habe mir jahrelang massive Angst gehabt, dass mir das mal passiert. Da habe ich schon eigenständige Videos drüber gemacht. Wie kann man sich vor sowas schützen? Was bleibt einem übrig, wenn man keine anderen Menschen hat? Richtig, zwanghaft werden, Routinen werden, immer das Gleiche, auf die gleiche Art und Weise tun, um in zwanghafter Manier sicherzustellen, durch Analyse, Unsicherheiten von außen, Unwägbarkeiten, Zufälle, bestmöglich aus dem Leben zu tilgen und sich somit die Sicherheit verschaffen zu können, aha, es ist alles gleich, also gebe ich mir dadurch selbst die Sicherheit, dass ich überleben kann. Und deswegen sind Autisten auch häufig reagieren mit so großer Angst. Überlegt, was ich sage, reflektiert. Viele Autisten, Asperger-Autisten hochfunktionaler Autisten mit hohem Intelligenzniveau bestätigen, genau das, was ich sage, haben einfach Schiss, haben die Hosen voll, geht ihnen der Stift, wie man so schön sagt, wenn unvorhergehende Sachen passieren, weil sie dann eben das Gefühl haben, alles würde jetzt eskalieren, sie können es nicht mehr kontrollieren, sie sind ohnmächtig und dann hilft mir keiner. Bedenkt das. deswegen am eigenen Selbstbild übrigens zu arbeiten, am eigenen Selbstwert zu arbeiten, selbst sicherer zu werden, mehr Vertrauen auch, ganz wichtig, in die eigenen Kompetenzen zu gewinnen, indem man auch mal etwas wagt, anstatt immer nur aversiven Reizen auszuweichen, die einem passieren könnten, auch mal bewusst, ja, wie soll ich das sagen, Risiken einzugehen, nicht nur Risiken zu vermeiden, sondern auch mal bewusst Risiken einzugehen, an sich und seinem Leben zu arbeiten, um dann die positive Erfahrung zu machen, hey, ich habe etwas getan, es hat geklappt, ich habe Erfolg, ich bin selbstwirksam, das schafft bei vielen Autisten die Sicherheit und das Gefühl der Selbstwirksamkeit, ich kann die Probleme des Lebens meistern, das reduziert ihre Angst, das sorgt dafür, dass sie weniger zwanghaft sind, das sorgt dafür, dass sie weniger an ihren Tagesroutinen festklammern und natürlich auch soziale Fähigkeiten verbessern, Freundschaften aufbauen, Freundschaften wieder wagen, auch wenn man für sich selber beschlossen hat, nie wieder mit anderen Leuten etwas zu tun haben zu wollen, weil man hatte schon schlechte Erfahrungen mit den blöden Tees, eine Sache, eine Haltung, in die viele autistische Menschen geraten und auch ich war in dieser Haltung und konnte die, das ist jetzt mein Statement, das sage ich jetzt erstmal nur für mich, aber ich weiß, es gibt viele von euch da draußen, die es genauso sehen, auch wenn das nicht der meistens aus der autistischen Community akzeptierten politischen Meinung betrifft, ja, ich konnte mich daraus arbeiten und ich bin froh, dass ich meine sozialen Fähigkeiten verbessern konnte, ich bin froh, dass ich inzwischen Freunde habe, okay, aber und darum geht es an diesem Punkt noch einmal in einem Satz, ja, davon fühlen sich nicht autistische Menschen genervt und es könnte auch helfen, wenn wir Autisten uns erstmal von unseren eigenen Routinen wenigstens gedanklich, intellektuell erstmal etwas distanzieren, wir auch verstehen, wir sind da vielleicht übermäßig krass, und ja, vielleicht haben wir unsere Mitmenschen doch vielleicht ein kleines bisschen recht und in jedem Fall sollten wir nicht wütend auf unsere Mitmenschen werden, so krass, dass wir da vielleicht übertreiben, oh, das tut weh, wenn wir das von anderen vorgeworfen können, du übertreibst und wir als Autisten denken sich, nein, ich übertreibe nicht, du verletzt mich, wenn du das sagst, etc., pp., aber vielleicht, ich sage euch, das seid Autist, ihr könnt es annehmen oder nicht, ich sage immer, zieht euch aus meinen Videos, was euch hilft, den Rest verwerft, auch immer wieder der Hinweis, ich meine nicht dich da draußen mit den roten Haaren und dem blauen Pullover, der du da draußen sitzt und Franz Josef heißt, ich spreche hier in eine Kameralinse, ich spreche an meine hoffentlich treue Community, aber last but not least, ich meine niemanden persönlicher, dass ich euch versuche, da auch einen Perspektivwechsel zu ermöglichen als selbst von Autismus betroffener Mensch, Autismus. Eine vierte Sache ist Hilflosigkeit. Die möchte ich jetzt hier als nächstes nennen, weil sie ja auch irgendwo mit dem, was ich gerade gesagt habe, zusammenhängt. Viele autistische Menschen sind häufig sehr hilflos und verhalten sich auch hilflos, fallen häufig in den Modus des kleinen Kindes zurück, verhalten sich wie ein kleines, darf ich das so sagen, plärrendes Kind, selbst bei den kleinsten Unsicherheiten, über die wir gerade schon gesprochen haben, fangen an zu weinen, werden wütend, zeigen sich einfach ohnmächtig rastend aus. Hilflosigkeit, das ist überhaupt gar nichts, über das ich mich lustig machen möchte, das ist keine negative Wertung, auch ich selber habe mich massiv hilflos gefühlt und bin dann in diesen Modus des kleinen hilflosen Kindes hineingerutscht, habe mich häufig wie eine Art Baby verhalten, ich bin in den Baby Modus gefallen und hey, seid ehrlich, schreibt bitte in die Kommentare, viele meiner selber von Autismus betroffenen hochfunktionalen Autisten geben jetzt zu, wenn ich mich hilflos fühle, dann verliere ich häufig meine Männlichkeit, meine Fraulichkeit und werde wie so ein Baby, wie so ein Plär-Baby, okay, ja, das ist krass von mir ausformuliert, ich möchte aber halt einfach auch verdeutlichen, dass ihr wisst, was ich meine. Woher kommt das? Das kommt einfach daher, dass Autisten häufig keine Strategien für sich selber bis jetzt entwickelt haben, eben mit Schwierigkeiten, denen sie begegnen, umzugehen. Sie haben kein eigenes Kompetenzerleben. Sie sind übermäßig krass nach Lösungen zu schreien, die andere ihnen geben sollen. Sie klagen häufig das System an. Das sehen wir ganz, ganz häufig in der autistischen Community. Da habe ich ja schon am Anfang des Videos drüber gesprochen, die die nicht-autistische Welt anklagen. Und hier sehen wir auch schon, warum die nicht-autistischen Menschen auch ganz, ganz häufig von dieser Hilflosigkeit seitens der Autisten genervt sind. Wir, das ist jetzt so ein typisches, was man häufig von Autisten hört auf Instagram, etc. Wir Autisten werden von den Nicht-Autisten in der Gesellschaft ausgeschlossen. die Welt ist für nicht-autistische Menschen gebaut, nicht für Autisten. Die nicht-autistischen Menschen haben ihre Gesellschaft für sich gebaut und schließen uns Autisten aus. Anmerkung von mir, das ist natürlich Unsinn. Die ganze Gesellschaft ist so gebaut, dass sie der Mehrheit einfach gerecht wird. und die Mehrheit der Gesellschaft das sind halt nun mal nicht-autistische Menschen. Niemand hat sich hingesetzt und am Reißbrett, am Matrizenbrett gesagt, wir bauen und konstruieren die Gesellschaft jetzt so, um Autisten bewusst auszuschließen. Das ist ja Unsinn. Halt Anklage, die in der Politik die Lösungen suchen. Ja, so etwas. Und das wird klar, wir alle sollten aufeinander zugehen, aber wie gesagt, auch die Autisten auf die nicht-autistischen Menschen müssen auf diese oder sollten auf diese zugehen. Wir wissen aber auch schlicht und ergreifend, die Politik wird sich nicht ändern, die Mehrheitsgesellschaft wird sich nicht oder nur sehr langsam ändern und vieles, was vordergründig nach Änderungen aussieht, was sich zum Beispiel Firmen mit der LGBTQ-Flagge schmücken, Regenbogenflagge, wir sind alle so inklusiv. Das ist ja auch häufig mehr schöner Schein, um sich ein Marketing-Image zu verschaffen und letztendlich, wenn man dann als jemand aus so einer Minderheit dort auftaucht, zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, als eine Trans-Person, Personen, ich bin keiner, der jetzt übermäßig sich mit dem Thema Trans-Identität und so weiter beschäftigt, okay, das sage ich jetzt gleich dazu, das ist nur ein Beispiel von vielen, dass man dann eben doch weiter diskriminiert wird, dass man als Person mit schwarzer Hautfarbe diskriminiert wird, dass dann eben doch keiner Bock hat auf einen schwarzen Kollegen und sei es auch nur, dass eben vielleicht die weiße, ja, die mit weißer Hautfarbe, die Menschen im Kollegium dann häufig doch mal grenzwertige Witze machen und sich denken, naja, ich bin zwar nicht rassistisch, aber wenn ich jetzt jemanden mit einer, wenn wir jetzt einen schwarzen Kollegen oder Kollegen haben, dann muss ich ja aufpassen, was ich sage, deswegen habe ich keinen Bock, deswegen geben wir dieser Person den Job nicht, wie gesagt, hey, ich finde vieles aus dieser Debatte, die wir momentan führen, sehr überhitzt, sehr übertrieben, aber diese Beispiele sind natürlich auch wahr, ja, das ist auch wahr, oder natürlich im Beispiel jetzt bei unserem Thema, Menschen mit massiven Einschränkungen, mit Behinderungen, kein Bock auf einen Kollegen im Rollstuhl, weil dann muss ich ihm eventuell helfen, der stört uns dann mehr mit seiner Hilfsbedürftigkeit, seinem Assistenzbedarf auf der Arbeit, als er uns nützt, ich habe Angst, dass ich dann meine Pausen damit verbringen muss, ihm irgendwie zu assistieren, zu helfen, deswegen kein Bock, oder natürlich auch autistische Menschen. Wir haben keinen Bock auf autistische Menschen, wir haben keinen Bock auf die Nachteilsausgleich, wir haben keinen Bock, der ist von seinen Sozialverhalten so komisch und ja, Real Talk, okay, den muss und kann ich jetzt bringen, wir haben auch keinen Bock auf die Sachen, von denen wir uns sowieso von Autisten häufig genervt fühlen und die ich in diesem Video vielleicht schon angesprochen habe. Lange Rede, kurzer Sinn, hey, dieses inklusive Image, da erzähle ich doch kein Neuen, das ist häufig mehr Schein als Sein und nochmal, ich finde die Debatte, die hier teilweise so geführt wird, auch übertrieben, auch toxisch und ich denke mir manchmal, sie wäre weniger toxisch, wenn viele Leute weniger Schein betreiben würden und einfach mal im gemäßigten, moderaten, angemessenen Maße einfach mal machen würden. Punkt. Ja und ja es ist einfach ja ganz ganz wichtig zu verstehen ja das ja auch beim Thema Hilflosigkeit, dass eben da wir sind ja noch beim Punkt der Hilflosigkeit Punkt 4, dass ja autistische Menschen sich häufig auch abgestoßen fühlen von diesen von dem Babyplayer, Verhalten der Autisten. Wie gesagt, ich weiß, das ist eine harte Formulierung. Die Autisten verfallen häufig in diesen Babyplayer-Verhalten, weil, und das habe ich im letzten Punkt schon gesagt, sie selber kein eigenes Bitte bedenkt das, hey, liebe Mitautisten, hey, das hier ist ein Goldnugget für euch, ein sprichwörtliches Goldnugget, eine ganz wichtige Information, die euren euch echt weiterbringen kann. Viele Autisten verfallen in den Jammer und Anklage und Beschuldigungsmodus gegenüber anderen, verfallen ins emotionale Ausbluten, in den emotionalen Babyplayer-Modus, wie gesagt, keine Wertung, ich möchte nur etwas verdeutlichen, ich selber habe auch schon ganz ganz viel geplärrt und mir damit auch schon soziale Beziehungen kaputt gemacht, weil ich unerträglich war für meine Partnerinnen oder für meine Kumpels, dass sie sich gedacht haben, ey, der ist ja, ich wollte eigentlich mit einem Erwachsenen zusammen sein, und jetzt habe ich hier aber so ein emotionales Frack, weil Autisten eben nicht das eigene Kompetenzerleben haben und keine Strategien, kein Wissen haben, sich selber zu helfen und deswegen verharren, in Schockstarre verbleiben, wenn etwas passiert, das sie nicht mögen, das ihnen Angst macht und plärren. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Deswegen auch hier wichtig, liebe Autisten, macht euch auf, versteht, dass das ständige Ausweichen aversiver Reize euch zu ständig Gejagten, zu Menschen auf der ständigen Flucht machen wird. Es ist auch keine Lebensqualität, immer nur den Unwägbarkeiten des Lebens auszuweichen, zu sagen, gerade kann ich gut überleben, weil ich keine aktuellen Bedrohungen habe, ich wage mich aber auch nicht aus meiner Komfortzone heraus, weil dann könnte ja dies oder jenes passieren. Das Problem dabei ist halt, man befindet sich dann erstens in einem sehr sprichwörtlich grauen Sumpf, mit wenigen Möglichkeiten, hängt nur zu Hause, versucht den Tag irgendwie rumzubringen, kann nicht über sich selber hinauswachsen, nicht in persönlicher Hinsicht, nicht in lebenspraktischer Hinsicht und man entwickelt eben nicht das Kompetenzerlebnis, eine Sache anzupacken und damit Erfolg zu haben. Und wer das häufig macht, der wird auch nicht mehr schnell in diesen emotionalen Babyplayer-Modus, oh Gott, bitte, macht mich nicht fertig in den Kommentaren für diese Formulierung, in den emotionalen Babyplayer-Modus zu verfallen, weil man ja eben weiß, aha, das und das passiert. Theoretisch oder früher hätte mich das jetzt emotional total destabilisiert, aber ich kann mich selber fangen, ich kann auch eine Metaperspektive ein und sagen, hey, nein, Moment mal, du hast schon so viele Probleme in deinem Leben gelöst und du hast dich schon so häufig neuen Herausforderungen gestellt, auch das werde ich jetzt anpacken und meistern können. Bedenkt, was ich hier sage, das ist ein wirkliches Goldnugget, dieser Goldnugget, sprichwörtlich, den ich euch hier jetzt gebracht habe, sowieso das ganze Video, da bin ich jetzt mal furchtbar, ekelhaft, unbescheiden, das sind Informationen, die bekommt ihr und ihr werdet es einfach auch hier mal zugeben müssen, bekommt ihr nirgends wo sonst, in keinem Internetforum zum Thema Autismus, auf keinem anderen YouTube oder TikTok Kanal zum Thema Autismus, auf keinem Instagram, in keinem Buch, in keinem Buch, bei niemandem, auch nicht bei anderen Mitautisten bekommt ihr solche Infos, solche Gedankengänge, solche Perspektiven. Das alles sage ich euch nicht, um mich selbst als den Geilsten darzustellen, sondern einfach nur um dir zu sagen, wenn du diesen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere jetzt diesen Kanal jede Woche mindestens ein Video zum Thema Autismus. Okay, kommen wir jetzt aber mal zu einem letzten und fünften Punkt in diesem Video. Rechthaberei Rechthaberei bei Autisten ist ein ganz, ganz bekanntes Symptom. Man findet sogar in Fachbüchern die Information, man findet Passagen über die Rechthaberei von Autisten. Andere belehren wollen, klugscheißern, auf den eigenen Meinungen häufig beharren und dabei vielleicht sogar passiv-aggressiv gegenüber anderen zu sagen. Grüße gehen raus an meine nicht an meine Grüße gehen raus an meine mit autistischen Social Media Twitter in Häkchen Freunde Feinde Ja Ich plädiere immer dafür ganz ganz nicht da so starr zu sein nicht rechthaberisch zu sein Jeder macht Fehler jeder ürt sich deswegen sage ich auch immer nehmt euch aus meinen Videos raus was euch hilft was euch nicht hilft verwerft einfach aus zwei Gründen nicht alles was ich sage kann für jeden Autisten passen zweitens auch ich höre mich manchmal ganz ehrlich was was bin ich denn für einer dass ich sage alles was ich sage ist immer richtig ich gebe mir im Rahmen meiner menschlichen Kapazitäten Mühe korrekte Videos zu machen gute hilfreiche Videos zu machen aber auch mir gelingt das nicht immer und das weiß ich und deswegen weil ich das über mich weiß und weil ich das auch zugeben kann das konnte ich früher nicht bin ich auch gütiger mit anderen die Unsinn vielleicht auch mal auf Twitter YouTube Instagram zum Thema Autismus erzählen meiner Perspektive wieder nach ich gehe nicht daher und stitche die oder pöbel die an oder mache hier Twitter und dich sollte mein cancel und was redest du und du Idiot nein ich mache dann halt einfach einen eigenen Content und rede grundsätzlich auch nur über andere Leute wenn ich etwas Positives zu sagen habe darüber habe diese Rechthaberei die ist sehr unangenehm für nicht autistische Menschen und das nervt sie es ist eine schlechte Debatten und Diskussionskultur nicht autistischen Menschen geht es auch häufig gar nicht ums Rechthaben den geht es auch häufig gar nicht um Sachthemen den geht es einfach um ein gutes emotionales Miteinander um Freundschaft um Liebe einen Weib miteinander haben das ist etwas das autistische Menschen häufig nicht sehen Situation eines Gesprächs verkennen irgendein Nicht-Autist bringt ein Thema zum Beispiel Politik will einfach nur Smalltalk machen ein bisschen labern eigentlich will er nur eine gute Zeit mit dem anderen haben die genauen politischen Argumente und Tatsachen sind ihm egal der Autist denkt aber hier gilt es sachlich korrekt eine Debatte zu führen korrigiert dann den anderen der andere macht dann vielleicht also der Nicht-Autist sagt dann zum Beispiel naja ist doch auch egal lasst uns nicht streiten signalisiert somit zum einen ich habe jetzt keinen Bock dass dieses Gespräch in diese Richtung geht und zum anderen sagt er halt hey mir geht es einfach darum dass wir einen guten Vibe miteinander haben muss doch jetzt das Gespräch nicht so giftig werden dass wir die Fehler beim anderen suchen und unbedingt Recht haben müssen der Autist sieht das häufig nicht und macht dann immer weiter ja ja was heißt denn was heißt denn da müssen wir nicht drüber sprechen diese Aussage steht jetzt im Raum und die ist nicht korrekt und ich möchte das schon richtig gestellt wissen das ist so und so und der nicht Autist denkt sich schon nee da habe ich jetzt keinen Bock auf diesen Typen wird sich aus der Situation entfernen wird sich hinterher denken hey dieser Typ oder diese Typine da dieser Rechthaber der findet kein Ende der das ist ein besser wisser das ist ein klug scheißer das ist damit gemeint okay Autisten sind häufig Rechthaber aus verschiedenen mal wieder verschiedenen Gründen erstens Autisten haben häufig Mobbing und Ausgrenzung erfahren haben Angst und auch wieder hier ein Gold Nugget an meine autistischen Zuschauer haben häufig Angst wenn sie in einer Diskussion Unrecht haben wenn sie etwas erzählt haben was nicht stimmt auch nachweislich dass sie dann der Dumme sind in der Diskussion und dass die anderen jetzt anfangen werden wieder auf ihm herum zu trampeln ihn zu mobben dass er in der Hierarchie in der Hackordnung in der Augenhöhe runterfällt er hat Angst wenn er nicht Recht behält in einer Diskussion sich nicht behaupten kann so wie er es sich mühsam beigebracht hat nach allem Mobbing was ihm widerfahren ist dass er dann sozial untergeht dass er wieder gemobbt wird deswegen will er krampfhaft Recht behalten vielleicht wird er da nicht gemobbt vielleicht vielleicht aber auch gerade deswegen er findet aber auch keine wirklich gute Ebene in aller Regel dann mit anderen und tut sich eben schwer Freunde zu finden er wird nicht mehr gemobbt vielleicht hat aber auch keine Freunde schwierig ja und Autisten haben häufig ein sehr massives schwarz weiß denken sind sehr detail fokussiert können das große ganze nicht sehen haben Probleme mit dem Perspektiv wechsel in allen Bereichen teilweise der Empathie je nach Definition da habe ich schon Videos zu gemacht Theory of Mind Mentalisierung sich in andere hinein zu versetzen und die Welt die Diskussion die Argumente aus den Augen der anderen Person an der Stelle der anderen Person zu sehen Autisten glauben häufig Perspektivwechsel bedeutet zu wissen was man selber also der Autist an der Stelle des anderen denken oder sehen würde das das aber nicht die ganze Dimension des Perspektiv Wechsels der absolute Perspektiv Wechsel in der Vollendung ist es irgendwie zu schaffen die Welt aus den Augen des anderen zu sehen wenn er der andere an seiner Stelle ist und wenn Autisten das mehr einüben würden würden sie auch wieder weniger hart sein in ihrem Diskussionsstil in ihrer Rechthaberei weil sie zum einen den anderen vielleicht auch die Fehler die er macht mehr verzeihen können weil er nachvollziehen kann warum machten diese Menschen ihre argumentativen Fehler und vielleicht stellen sie sogar recht stellen sie sogar fest der andere hat ja sogar recht aus seiner Perspektive das sind so die Gründe und Rechthaberei das findet eigentlich niemand cool auch Autisten sind häufig von der Rechthaberei anderer Autisten genervt ich kenne keine Community wo so viele Autisten von anderen Autisten genervt sind in Internetforen auf Twitter wo Betroffene irgendeiner Gruppe sag ich mal also in diesem Fall Autisten sich gegenseitig mobben ausgrenzen wenn du nicht diese und jene politische Einstellung zum Thema Autismus hast dann schmeißen wir dich aus dem Forum wir wollen dich nicht dabei haben du bist kein richtiger Autist du bist schädlich für das Thema Autismus weil zum Beispiel der eine Autist sagt nein Autismus ist keine Störung das ist eine Neurodiversität der andere sagt doch Autismus empfinde ich als Störung das wird ihm wieder abgesprochen etc pp liebe 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 Leute seid nicht rechthaberisch auch ich habe euch jetzt hier wieder Gründe genannt und ihr werdet das nicht abstreiten nicht völlig zumindest abstreiten können auch ihr zieht euch wieder raus was euch hilft den Rest verwerft warum Autisten häufig rechthaberisch sind ich hoffe wir sind uns alle einig dass Rechthaberei grundsätzlich negativ konnotiert ist niemand möchte ein klug scheißer sein die Gründe habe ich genannt wenn ihr euch erwischt der Tag fühlt reflektiert euch selbst arbeitet euch an euch selbst das ist cool für andere das ist aber auch cool für euch selbst weil ihr werdet selber angenehmere Zeitgenossen jeder Mensch sollte versuchen ein möglichst angenehmer Zeitgenosse zu sein hohe Werte auf der Sozialverträglichkeitsskala aufzuweisen ja und das wird euch helfen genauso wie alle Punkte hier wie ich in diesem Video genannt habe fünf Punkte die nicht Autisten an Autisten nerven wie gesagt das Video nicht um Autisten zu bashen ich selber habe die Diagnose Asperger Syndrom erhalten fünf mal übrigens im Laufe meines Lebens das ist eine gesicherte Diagnose ich habe viele autistische Freunde okay ja es hilft vor allen Dingen auch euch selbst ja denn ihr werdet es leichter im Leben haben und vielleicht auch mehr Lebenszufriedenheit haben und auch zufriedener mit euch selbst sein okay Leute machen wir es kurz die Luft ist raus ich denke das Video ist lange genug ich kann nicht mehr reden ich bin platt es ist relativ früh am Morgen wo ich dieses Video aufnehme das wisst ihr natürlich nicht das Video kommt wie immer um elf ja ich freue mich einfach wenn ihr bis zum Ende mit dabei geblieben seid wenn ihr euch für das Video bedanken möchtet könnt ihr von Herzen gerne Kanal Mitglied werden damit helft ihr mir persönlich weiter aber auch diesem YouTube Projekt dass immer neue Videos kommen können Videos wie dieses das euch hoffentlich weitergeholfen oder zumindest inspiriert hat einen Link zur Kanal Mitgliedschaft findet ihr in der Videobeschreibung ja und nochmal falls ihr es noch nicht gemacht habt abonniert natürlich auch gerne diesen Kanal haltet die Ohren steif lasst es euch gut gehen wir sehen uns beim nächsten Mal euer autistischer Kollege Tom 2 2 3 direct 2 5 6 1 2 1